So ihr Lieben, herzlich willkommen, setzt euch erstmal hin, ganz entspannt, locker, schenkt euch erstmal einen schönen Kaffee ein. Oh, herrlich, oder? Das gibt's Schöneres, als dieses herrlich schwarz kochende, blubbernde Göttesgetränk. Ich lieb's. Oh, wirklich das gebraute Aroma von herrlichen Röstaromen und gerösteten Bohnen, die aus vielen verschiedenen Ländern, zum Beispiel Angola, zu uns herantreten, freiwillig. Die Bohnen sind hier, sie sind da und danke. Tschin, tschin. Ah, herrlich, ich lieb das. Ich lieb das, perfekt. Kaffee ist doch das perfekte Getränk, um sich von einem Essen des Tages zum nächsten zu hangeln. Denn, um ganz ehrlich zu sein, ich bin bereit fürs Mittagessen. Es braucht aber noch ein paar Minuten. Es ist noch nicht sozial akzeptiert, dass man Mittagessen isst. Also hole ich mir einen Kaffee, um einfach meinem Körper zu sagen, pass auf, ich bin auf deiner Seite. Da kommt schon mal was Warmes in deine Richtung. Gib mir noch eine Stunde und dann gehen wir mal schön, machen wir uns mal eine schöne Nudelsuppe oder irgendwas. Mmh, lecker. Hashtag Schlürf, Schlürf. Herr PS, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Greif dir deine Tasse. Normalerweise stoßt man nicht an mit Kaffeetassen. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall zu einer neuen Tradition machen. Sagen, Tschüss, tschin, tschin. Und dann mit diesen ganzen, man guckt sich in die Augen, nicht in die Augen, guckt in den Kaffee, sieht im Kaffee, im Kaffeesatz seine Vergangenheit, seine Zukunft und seine aktuelle Gegenwart und weiß, ah, noch 40 Minuten bis zum Mittagessen. Mmh. Ah, der zweite Schluck ist immer noch besser. Als der erste. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Yum, yum. Na, tatsächlich bin ich jetzt auf eine schärfere Variante, was Nudelsuppen angeht. Und, ähm, ich kaufe tatsächlich, es gibt einen Kiosk hier in der Nähe, wo ich mir sonntags immer Nachschub holen kann, wo ich immer schön noch die scharfen Nudeln mir hole. Ähm, Bandok oder sowas. Haben wir letztens schon mal drüber gesprochen. Bandok-Nudeln, ultrascharf, superscharf. Und ich habe mittlerweile den Masochismus für mich entdeckt, einfach mich komplett einfach schön den Rachenterror, schön die Halsfolter reinzugeben. Und jedes Mal, wenn ich bei dem Kiosk bin, jeden Sonntag, wenn ich mir den Nachschub hole, weil die haben dann nur so besondere, äh, Produkte aus fernen Ländern, auch teilweise in diesem weirden Kiosk, der unfassbar krass ausgestattet ist, der auch selber Kuchen backt. Ich liebe ihn. Und jedes Mal, jedes einzelne Mal, wenn ich mir diese Nudeln hole, sagt der Typ an der Kasse, die sind immer ganz schön scharf. Ja, habe ich mir letztens, habe ich mir eine Tüte geholt, und dann waren die aber ganz schön scharf. Und die ersten drei, vier Male habe ich mir doch gedacht, okay, das ist guter Kundenservice, einfach dem Kunden zu sagen, hey, kauf das lieber nicht, das ätzt dir einfach den kompletten Halskehlenrauben weg. Ist gut, kann man sagen. Als Verkäufer ist ja eh immer charmant, wenn Verkäufer ihr eigenes Businessmodell torpedieren und sagen, kauf das lieber nicht. Da denkt man sich, okay, das ist ein ernst gemeinter Rat gerade. Das ist ein ernst gemeinter Rat, wenn jemand sagt, bitte, ich gebe dir das Geld zurück, bitte, 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 bitte kauf das nicht, bitte, 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 ich gebe dir Geld, wenn du es nicht kaufst. Dann denke ich mir, okay, das ist ein guter Kundenservice, das gefällt mir, das ist in Ordnung. Aber das macht er jedes Mal seitdem, jedes Mal, jede Woche, Woche für Woche, Woche für Woche. Und ich denke mir, bin ich so unauffällig? Ich meine, ich bin ein Stealth-Typ, ich bin ein Undercover-Typ, ich bin ein Geheimtyp. Aber bin ich so unauffällig, dass wirklich sich niemand an mich erinnert? Ich bin Florentin übrigens, falls ihr nicht wisst, wer ich bin. Hi, Leute. Hey, ich bin's. Hey, ich bin der Typ, der so gerne Kaffee trinkt. Ich liebe Kaffee. Ah, das geht runter wie warme Butter. Ich weiß nicht, bei mir ist es schwer. Ich weiß, wenn ihr mir jemals in eurem Leben was verkauft habt, es tut mir leid, ich mach's euch nicht leicht. Weil ich mag es einerseits nicht, wenn mich die Verkäufer zu gut kennen und sagen, ah, wie immer, ah, wie immer, drei Stücke Käsekuchen, du fettes Schwein. Finde ich auch nicht cool, wenn die so reagieren. Ich mag's aber auch nicht, wenn die sich so gar nicht an mich erinnern und jedes Mal sagen, hier, das ist richtig scharf. Guck mal, ich bin hier zufällig gerade, auf der, weil ich wollte Google eingeben und war zu faul für Ugel. Also habe ich nur Go eingegeben. Also habe ich nach Go gegoogelt. Und hier steht bei Go Spiel Baduck wörtlich Umzingelungsspiel. Go ist Brettspiel. Aber heißen die Nudeln auch Baduck? Ich weiß es gar nicht, ob die Baduck heißen. Bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher. Baduck-Nudeln? Na, ich gar nicht. Ich meine, in gewisser Weise umzingeln ich die Nudeln ja auch. Naja, das sind sie aber nicht. Das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Ah, doch, hier, das glaube ich, äh, Bulldog, da, das sind die hier. Das sind die, ähm, die, die gibt's auch in der Geschmacksrichtung Carbonara hier. Also es ist eine wilde Mischung. Italien würde sich im Grab umdrehen, wenn sie wissen würden, dass man solche Rahmennudeln jetzt in Geschmacksrichtung Carbonara verkaufen kann. Aber, äh, ich mag die, ich, lecker und, äh, ich baller mir da schön einfach die Geschmacksnerven weg, die sich auch langsam fragen, äh, Leute, braucht ihr uns noch? Braucht ihr uns noch? Einfach komplett nur Schärfe, werden einfach nur komplett weggeätzt von allen Seiten. Willst du noch was schmecken oder können wir Urlaub machen, können wir nach Hause gehen? Aber mittlerweile ist es gut und jedes Mal sagt der, bitte scharf sein. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Habt ihr eine Idee, Chat, was ich machen könnte, dass ich einfach sage, weil ich will, ich mag diesen Kiosk und ich will nicht dieses Leckermate-Ding wieder haben, wo der Typ, bei dem ich die Mate immer gekauft hat, gesagt hat, Leckermate und ich irgendwann das einfach nicht mehr ertragen hab und da nicht mehr hingegangen bin, will ich nicht diesen Kiosk verlieren, der jedes Mal sagt, du, die sind aber ganz schön scharf. Und irgendwann denk ich mir auch so, dass ich sagen soll, ja, ich weiß! Oder so, vielleicht sollte ich so mal reagieren, mal so ein bisschen mehr in die Offensive gehen. Dass du sagst, schon, du hast dieses Wissen, diese ganz scharfe Söhne. Ja! Vielleicht so mal, einmal so einplatzieren, strategisch platzieren, dass man einfach weiß, okay, ab hier weiß die Person Bescheid und dann geht's hoffentlich auch gut weiter. Bin mir da gar nicht so sicher. Weiß ich gar nicht. Und bei dem Kiosk, der ist ein bisschen, ich will nicht sagen shady, aber auch ein bisschen so, wo ich sage, das sind manche Berufsethos-Praktiken, die ich nicht unterschreibe. Zum Beispiel kann man bei dem Kiosk sein Handy laden gegen Geld. Und das finde ich nicht so cool. Vor allem, da steht dann so eine Preistabelle da, da steht dann da, 15 Minuten, 2 Euro, 30 Minuten, 3 Euro. Und ich stelle mir nur vor, wie unfassbar unangenehm die Situation ist, wenn man sagt, hey, hey, sorry, Entschuldigung, mein Handy ist fast leer und ich wollte mir jetzt gerade noch ein Auto mieten, um noch nach Hause zu kommen. Ich muss schnell nach Hause. Kann ich ganz kurz mein Handy bei Ihnen aufladen? Ich brauche nur 5 Prozent einfach, damit ich schnell irgendwie ein Auto mieten kann. Sorry, ich bin eh schon drüber. Und sorry, ich muss dringend. Meine Wohnung läuft langsam unter Wasser. Und der Schimmel und die Wände saugen, die Wasser auf. Und die so, ja klar, natürlich können Sie bei uns Ihr Handy aufladen. Natürlich, ja klar, natürlich. Kostet 2 Euro pro 15 Minuten. Und dann sagt die Person, wirklich? Ich muss wirklich nur ganz, also, ja, okay, alles, ja. Ja, wenn es unbedingt sein muss, okay, ja, gut, alles klar, hier. 2 Minuten. Dann steckt ihr das an und dann steht man so da. Wollen Sie vielleicht noch ein Ballisto? Nee, nee, nee. Die Nudeln sind übrigens sehr scharf. Ja, ich weiß, Daniel. Dann steht man mindestens 15 Minuten lang da und hasst sich einfach. Die eine Person hasst die andere Person, weil sie denkt, okay, du hast gerade meine Notlage finanziell ausgenutzt. Cool. Und die andere Person hasst sich wahrscheinlich auch, weil sie denkt, ich habe gerade die Notlage ausgenutzt. Das ist aus mir geworden. Aber beide hassen sich. Es ist einfach Hass im Raum, 15 Minuten lang. Weil wenn du 2 Euro zahlst, dann willst du auch die 15 Minuten voll machen. Dann willst du nicht nach 3 Minuten sagen, okay, danke, tschüss, danke, reicht schon. Wirklich, wollen Sie wirklich, ja, wollen Sie wirklich, Sie haben noch 12 Minuten auf der Uhr. Nee, danke, ist okay, ist nett von Ihnen. Ist nett von Ihnen, aber ich muss nur schnell nach Hause. Bei der, die Wohnung unter mir, da tropft das Wasser und der Schimmel hat mich angerufen und hat gesagt, sorry, wollen wir es fair machen, weil wir, wir haben gerade gar keinen, wir haben gerade gar keinen Gegner hier. Und jetzt muss man schnell los. Also nervig. Nervig. T-Shirt anziehen mit Aufdruck, ja, ich weiß. Ja, vielleicht gute Idee, vielleicht gibt es auch T-Shirts von diesen Nudeln, dass ich mich offensichtlich als Nudelfan oute, damit, ja, vielleicht, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, dass man sagt, ich habe ein, ich habe ein T-Shirt von denen. Ja, gut, das nächste dran ist The Bulldog Amsterdam. Ja, ich weiß nicht, ob das hilft, ich weiß nicht, ob das hilft. Ich glaube und, also korrigiert mich, vielleicht sind Leute unter euch, die diese Sprache sprechen, aber ist die Idee, dass Hühner ja Dock, Dock machen und man sagt Bulldog wie eine Bulldogge, aber mit Dock, weil Hühner Dock, Dock machen, machen Hühner Dock, Dock? Weil Hühner machen eigentlich Bock, Bock oder nicht? Hühner machen Bock. Hühner machen Bock einfach. Aber dann gab es ja das Hofhuhn, das macht Tock, Tocki, Tocki, Tock, Tock. Also machen Hühner Tock, Dock oder Bock? Ich dachte, Hühner machen Bock, 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 Bock. Ist das der Gag von dem Namen? Vielleicht kenne ich mich wirklich noch nicht gut genug damit aus und man muss sich wirklich noch belehrt werden. Ja, weiß ich nicht. Könntest du im Inanz zeigen, einen Raclette-Grill dahin scheppern, schleppen, an die Handyladedose stecken und den ordentlich den Laden zustinken, auch keine schlechte Idee. Ja, das ist dann die Frage. Also zahlst du 15 Minuten Handy aufladen oder 15 Minuten Steckdose und machst da einfach schön deinen Heizlüfter dran und saugst den schönen Laden aus. Du rechnest aus, gibt es ein Gerät, das im Betrieb teurer als 2 Euro, also 8 Euro pro Stunde ist, mit denen man diesen Laden in den Ruin treiben könnte. Weil das ist vielleicht mal eine Möglichkeit. Warte mal. Teuerstes Stromgerät. Vielleicht ist das meine Möglichkeit. Vielleicht ist das der Hardcounter zu dieser fast schon kriminellen Notausnutz-Situation. Ah, Bilder, ne? Das teuerste Kraftwerk ist ein Gaskraftwerk, ne? Ja, das stimmt. Ah, hier Haushaltsgeräte, die Stromfresser. Naja. Ja, so eine Waschmaschine oder sowas in der Richtung. Wasserkocher, was ist das teuerste? Mein Gott, diese Artikel, die einfach nur aus einem Wort bestehen könnten. Ja. Ein Kühlschrank, rund 10% des Haushaltsstroms. Okay, krass. Das ist schon krass. Jahreskosten von 60 Euro. Ja, Leute, das ist ja... Das ist ja nicht mal im Ansatz genug. Was mit dem Föhn? Gott, was sind das eigentlich für Webseiten mit dieser ganzen Werbung? Furchtbar, ey. Mich nervt das, ey, dass du überall mittlerweile Werbung hast. Hm. Da bleib ich doch bei meinem Kaffee. Da bleib ich bei meinem herrlichen Kaffee. Das Ding ist, da gibt es viele Missverständnisse. Wenn ich sage Kaffee, ja, ich trinke ja hier nicht irgendeinen Kaffee. Das ist ja einfach nicht irgendein Kaffee. Das ist natürlich Chivo Black and White. Das ist Chivo Black and White. Der Kaffee, der für mich einfach der essentielle Kaffee ist. Der einzige Kaffee, den ich in meinem Leben je getrunken habe. Der, mit dem ich alle schönen Erlebnisse meines Lebens mit Kaffee verbinde. Der mich wach hält. Und meine Herren, muss ich wach sein. Heute ist ein Wachtag. Ich muss heute wirklich wach sein. Und was ich an Chivo Black and White so mag, ist einfach dieser, dieser herrliche Kaffee-Geschmack. Sag mal, mein Licht ist überhaupt nicht an, ey. Was bin ich denn für ein... Absoluter Amateur-Streamer. Schaltet mich ab, Amateur-Streamer. Was ist das denn hier? Das ist alles Pappe hier außenrum. Das ist alles aus Pappe. Das ist alles amateurhaft. Was für ein schämiger Stream. Ach! Bäh! Was für ein schämiger Stream. Bäh! Oh, da hast du so ein richtig flaumiges Gefühl im Mund bei dem Stream. Bäh! Das ist so ein richtig bitterer, bitterer Beigeschmack bei dem Stream. Was für ein schämiger... Boah, der war nicht lang genug drin, der Stream. Der Stream, der war nicht lang genug drin, glaube ich. Boah, den hätte ich nochmal... Da ist zu wenig Milch in dem Stream. Oh, in dem Stream ist definitiv zu wenig Milch. Eieieie! Was für ein schämiger Stream. Schmutz-Stream! Schmutz-Stream! Ach, wüten, richtig wüten macht mich dieser Ekel-Stream hier. Richtig lächerlich. Kennst du einen bohnigen Wachmacher? Hm. Einen bohnigen Wachmacher? Du meinst ein Getränk aus Bohnen? Hm. Sowas wie Chili, meinst du? Sowas wie richtig scharfe Chili. Die so richtig... So richtig scharf sind, dass es dir so richtig schön die Pupillen wegätzt. Ich glaube, aus Bohnen kannst du nicht viel machen, das... Moment. Ah! Du röstest die Bohnen. Ja, du röstest... Das ist geil. Du röstest die Bohnen und dann zermahlst du die zu so einem ganz feinen Staub. Und dann... Ah, jetzt weiß ich nicht weiter. Jetzt weiß ich nicht weiter. Jetzt habe ich mich in eine Sackgasse manövriert. Jetzt habe ich 10.000 Tonnen Bohnen geröstet und gemahlen. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Blackout. Blackout. Fuck. Shit. Müssen wir alles wegkippen. Müssen wir alles in... In Wasser. Moment. Müssen wir alles... In Wasser. Wir könnten das Pulver in Wasser auflösen. Das dann heiß machen. In einen... Annen Filter. Oder ein köstliches... Heißgetränk. Als Heißgetränk. Hm. Genial. Rösten Bohnen sind noch zum Abonnieren da. Ja, dann vergiss alles. Dann vergiss alles. Bullshit. Kompletter Bullshit. Vergiss alles. It's toasted. Ja, jetzt... Gut. Ich glaube, das waren Zigaretten. It's toasted. Aber du, man kann so viel toasten. Man kann wirklich so viel toasten. Steckt mal verschiedene Sachen in so einen Toaster rein. Da kommt einiges raus. Was ist... Warte mal. Was hat ein Toaster für einen Stromverbrauch? In Euro pro Stunde. Bitte. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wirklich, das Internet... Irgendwie nervt mich. Wie nennt man eigentlich dieses Internet hier? Diese Art von Info... Sackgassen unnötiger Informationen Internet. Wie nennt man das? Das ist ja der Abgrund, oder? Das ist ja Abgrund, Internet. Ich will einfach nur eine Zahl und häng hier drin. 4 Cent pro Tag. Warum ist Strom so fucking günstig eigentlich? Toaster oder Ofen? Gute Frage. Toaster oder... Also für mich ist diese Art von Internet definiert durch diese ganzen verdammten Pop-Ups ständig. Ja. Ja, ja, ja. Ja, der will ja auch noch meine Daten. Am Ende wollen die auch noch meine Daten. 2016 kann ich auch nicht ernst nehmen. Ja, also von all den Tag-Wörtern in dieser ganzen Tag-Cloud, wie man hier im SEO-Department bei uns sagt, kommt vorbei auf einen Kaffee. Wir optimieren deine Search-Engine-Optimization. Ist immer wichtig, eine Tag-Cloud zu haben. Mit richtigen heißen Tags, wie zum Beispiel Altbau, wo die Leute so richtig drauf abfahren, wo die so richtig sind, Klicker. Aber hier sieht man, dass Bioethanol wird aktuell nicht so gut geklickt und Bero wird aktuell auch nicht so gut geklickt. Warum eigentlich? Was haben die Leute gegen Bero? Hä? Was ist denn falsch? An B, ein Viertelroh. Ist das super? Bero. Nee, das ist ja dieses Spanische. Dieses Niño. Ni... Wie... Was ist... Bero. Bero. Asus stattet sein Notebook aus der Bamboo Collection daher mit einer Oberfläche aus dem Holz aus. Denn das U5-3SD ist nach Angaben des Herstellers der Welt erstes Notebook. Das Etsin sein Produktlebenszyklus bereinigt und aufsummiert, ohne zwei Emotional Neo auskommt. Zu diesem Zweck wurde nicht nur die Oberfläche aus Bambus gefertigt, sondern auch Teile des Chassis, äh, anstelle von Plastik. So besteht zum Beispiel die Handballenablage vor der Tastatur aus Holz. Nebeneffekt? Das Holz ist laut Asus angenehm anzufassen, weil es nur leicht behandelt wurde. Zudem setzt Asus energiesparende Hard- und Software ein und will so beispielsweise mit der Superhybrid-Engine für einen 20% geringeren Stromverbrauch sorgen. Ist das super? Ist das super? Ich weiß gar nicht, was ihr gegen Bero habt. Das ist Search Engine Optimization. Da fragen die Leute sich, was ist Bero? Bero Weinholzheim. Ja, zum Beispiel. Bero Weinholzheim in der Obergaste 5. In Weinholzheim, direkt vor den Toren von Mainz, sind unsere Wurzeln. In der rhein-hessischen Berggemeinde, inmitten leihendlicher Idylle, wurde 2004 die M3 Medien GmbH gegräuertendet. Unsere Boeros mitten in den Weinbergen sind heute Sitz der M3-Administration und des Rechnungswesens. Mache ich hier gerade Werbung für irgendeine zwielichtige Weinholzheimer Medienagentur? Boero? Uiuiuiuiuiuiui. Schreinerei. Hier auch noch Boero. Wir gestalten hier Boero. Leistung von A bis Z. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Meint ihr denn, die Schreinerei Stiller hat für jeden Buchstaben des Alphabets eine Leistung? Also klar, im Schreinerei-Business, ich kenne mich ein bisschen aus. A erst mal Anfahrt. Ja. B bohren. C Chemiebehandlung von Holz. D dübeln. E Entwurzeln. F fräsen. G G Gummiglasur. H Holz. I Natürlich Imbus drehen. J ist natürlich schön schön durchjocheln. K Klemmen. L Leimen. M Malern. N Nübeln. O Ofen. P Spreizeln. Mal gucken, ob die das alles anbieten. Äh, nein. Bauschreinerei, Möbelschreinerei, Innenausbau, Dienstleistungen. Das ist nicht mal alphabetisch richtig geordnet. Stille. Verdammt noch mal. Mich ärgert das, dass wenn man einmal mal hinguckt, genauer im Internet, dass das alles Bullshit ist. Dass wer auch immer diese Website designt hat, hat sich keine Mühe gegeben und jetzt steht es da und es fällt niemandem auf. Was heißt denn Leistungen A bis Z? Wie? Warum A bis Z? Treten sie mit uns in Kontakt. Ja, ja, ja. Da ist wieder Datenkrake. Datenkrake, Stiller. So kriegen die alle meine Nachrichten. Was kann ich hier oben reinschreiben? What? Hä, was kann ich hier oben rein... Was kann ich hier reinschreiben? Das ist ja geil. Ich kann hier überall was reinschreiben? Ich kann die ganze Website verändern? Hahaha. Hier, ich schreibe euch ein neues Logo. Ich hälte mich rein. Ich bin drin. Hehehe. Ich bin drin. Ich habe mich aber hier reingehackt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier kann ich... Kann ich in die Bilder schreiben? Hier kann ich reinschreiben? Hier? Ah, hier unten geht nicht. Hier unten? Ah, ich kann das Impressum umschreiben. Ah, geht auch nicht. Geht auch nicht. Also, Stiller. So wird das nix. Die Frage ist nur, was ist deren Philosophie, ne? Ja, so Hegel oder doch Adorno? Wir stehen vor, er wäre das Besondere, kleingeschrieben. Denn Handwerk ist Vertrauenssache. Unsere Stärke ist es, Komma. Wünsche individuell umzusetzen. Design mit Holz. Innovativ, kreativ, ehrlich, nachhaltig. Die schreien, naja, Stille. Ja, die Stille. Ich habe jetzt gar nix gegen Stiller. Gesamtwelt, Privatpraxis, Bero, Amazon, Heim und Veit, Bero-Technik, Bauserzte, Feldlager, Feldlazaretten. Ja, klar. Oh, scheiße. Oh, ich habe vergessen, das Feldlazarett zu bestellen. Oh, nein. Oh, das ist ein Straßenschild? Hersteller-Altersempfehlung. Ab acht Jahren. Seid ihr wahnsinnig? Ihr habt eurem siebenjährigen Kind ein Schild gegeben? Seid ihr so, wie unverantwortungsvoll kann man denn sein eigentlich? Ähm, Rita, lass uns das mal angucken. Lass uns das mal näher angucken. Ah, ein kleineres Bild. Super. Noch kleineres Bild. Das ist ja super. Ja, das ist ja geil. Ey, ich möchte es wieder schließen. Rita, ich würde es jetzt dann doch, ich mache es wieder zu. Ich würde es wieder schließen. Das sind nur Modelle, oder was? 1 zu 87? Das ist ein Modell-Schild? Hochdetaillierter Container. Decal-Bogen zur detaillierten Beschriftung. Was ist das? 20 Euro, 5 Einzelteile, Schwierigkeitsgrad einfach. Resin-Technologie. Das ist ein Bausatz. Das ist ein Modell-Schild. Hm, was will ich hier? Meistab 1,42. Hier ein paar Anhänger. Sanitätswerberdienst. Oder so ein paar Reuser. Zubehör. Oder Meistab. Das ist einfach ein absoluter Chaos. Absolutes Chaos. Wir sind hier in der Modellwelt. Wir sind in der Modellwelt. Sorry. Kraufian schreibt, Dreiklang, Schlüssel, Handy, Feldlazarett. Immer dabei haben. Immer dabei haben. Aber das stimmt schon. Das digitale Boero ist noch Zukunftsmusik. Das stimmt. Das stimmt. Reise vor Neuen. Das stimmt schon. Muss man sagen. Dokumente und Informationen werden bei 70% der Teilnehmer einer Studie digital ausgetauscht. Klar. In Meetings haben nach wie vor Ausdrucke und Notizbücher Vorrang. Die Formel, je digitaler, desto produktiver, scheint zu stimmen. Allerdings halten 86% ihrer Software und Computer für zu kompliziert. 86% halten ihre Computer für zu kompliziert. Je digitaler, desto produktiver. Ist das ein Mythos? Ist das ein Mythos? Wow. Zwei, zwei Ergebnisse. Und das ist Werbung. Das heißt, die Formel, die ich mir jetzt einfach mal ausgedacht habe für meine Einleitung, für meinen Artikel, die sonst noch nie jemand benutzt hat, stimmt so ja gar nicht. Ah, Journalismus. Journalismus. Der gute alte Journalismus. Dinge erfinden und die dann widerlegen. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Okay. Mike Bologino? Mike Bologino am Start. Geil. In Düsseldorf. Mike Bologino? Das wäre so geil, wenn der jetzt im Chat wird und mit seinem echten Namen Mike Bologino schreiben würde. Mike Gene Bologino. Oh, geil. Ohne Witz. Ich will jetzt gar keine Klischees bedienen. Aber wenn ich Mike Bologino heißen würde, ich würde mich mal so verdammt diszipliniert hinsetzen, um eine Nudelsauce zu erfinden. Ich meine, du heißt Bologino. Du hast die Gelegenheit zu sagen, so Freunde, Brainstorm. Alle Ideen sind gut. Neue Nudelsauce. Nur neue Nudelsauce. Wie wäre es mit... Äh, wie wäre es mit Fenchel, Fenchel, Limette, mit so Zwiebackkrümeln drüber. Einfach mal kochen. Keine dummen Ideen. Fenchel, Limette, Zwiebackkrümel oben drüber. Wir gucken. Das passt da Bologino. Einfach mal rein. Oder... Ja, so Sahne mit Kümmel oder sowas. Ja, gut. Sehr gute Idee aus dem Chat. Einfach mal so schön so Sahne mit Kümmel. Oder mal so eine schöne Avocado-Nudelsauce. Ich glaube... Achtung. Hot Take. Die Avocado ist in der italienischen Küche noch nicht angekommen. Zitiert mich. Widerlegt mich. Schreibt einen Artikel. Die Formel. Die Avocado ist in der italienischen Küche noch nicht angekommen. jenischen Küche noch nicht angekommen. So. Hot Take. Ja, gut. Spaghetti mit Avocado. Ja. Avocado, Gacamo de Bruschetta. Bruschetto. Avocado-Boom in Italien. Ja. Wir scrollen mal über alle Suchergebnisse, die mich widerlegen. Bitte. Die Avocado ohne Messer schneiden. Frucht. Affogatto alcafé Italienin. Na gut, da ist ja keine Avocado dabei. Problemfrucht. Es wird immer negativer. Kann es sein, dass je weiter man scrollt, desto negativer wird es? Aber mach doch mal so eine geile Avocado-Fenchel-Zwieback-Nummer oder sowas. Sowas in der Richtung. Finde ich schön. Von Aromatico. Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel. Exotische Früchte bringen Farbe in die Küche. Ja. Exotische Früchte bringen Farbe in die Küche. Sorry. Verschiedene frische tropische Früchte. Rambuten, Papabouja, Kiwi, Mango auf einem hölzernen Hintergrund. Bildrechte. Copyright olgakrieger-stock.udobi.com Frische tropische Früchte. Besonders wenn die Auswahl an heimischen Obstsorten gering ist, erfreuen sich viele Verbraucher schrägstrich innen an der großen Auswahl von exotischen Früchten. Einige exotische Früchte, wie Zitronen, Mandarinen, Bananen und Kiwi, sind in den hiesigen Supermärkten so selbstverständlich geworden, dass sie gar nicht mehr als Exoten wahrgenommen werden und in den Haushalten zur Alltagskost gehören. Dank der modernen Lager- und Transportmöglichkeiten und der Fortschritte in der Kultivierung können die Früchte frisch und teilweise ganzjährig im Handel angeboten werden. Jeder, der mich anruft, muss da durchleiden. Das Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg-des-Laves hat exotische Früchte aus der ganzen Welt auf Pestizide hinuntersucht. Ich liebe die Bildrechte, gib mir mehr Bildrechte. Bildrechte, Copyright Liane M, stock.adobe.com Bildrechte, Copyright Laves Exotische Früchte bringen Farbe in die Küche, Bildrechte, Dynamic Graphics In C Okay Bildrechte, Copyright Seishuli, stock.adobe.com Bildrechte, Copyright Bildrechte, Copyright Laves hauen aber raus, ne? Bildrechte, Copyright Pineapple Studio Nein, das Pineapple Studio liefert die Bilder von der Ananas? Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst, den Mund! Entschuldigung Das ist doch nicht dein Ernst. Ich mein, Olga Krieger haut erstmal die schöne Fruchtplatte raus, kein Problem. Wir haben relativ viel Laves, Laves Dynamic Graphics Incorporated, super. Serial Schuli, kein Problem, wunderbar. Laves haut raus, Laves haut raus. Und Pineapple Studio liefert die Bilder der Ananas? Aber auch keine anderen. Haben die sich komplett auf Bilder von Ananas spezialisiert? Wie gut ist das denn? Äh, ja, ich bräuchte ein Foto für meinen Führerschein. Äh, ja, sind sie eine Ananas? Äh, wie bitte? Sind sie eine Ananas? Äh, nein. Ah, dann tut's uns leid. Ne, wir machen ausschließlich Bilder von Ananas. Achso, ich dachte, Pineapple Studio wäre jetzt nur so ein Name. Äh, ne, ne, das ist tatsächlich, ähm, wir machen nur Ananas-Fotos. Also, melden sich bitte wieder, wenn sie eine Ananas sind. Okay, alles klar. Pineapple Studio. Aha, Schulbilder. Ist ihre Tochter denn eine Ananas? Ähm, nein. Dann verlassen sie mein Studio! Sometimes people just want a digital file. And not for a million bucks. Äh, Lailas Mom, Ähm, wovon, was, wovon redest du? People just want a digital file. Achso, weil die Schulfotos so teuer sind. For a million bucks. Okay. Kann man das machen mit dem Dollarzeichen und dann noch Bugs dahinter sagen? Lailas Mom. Weil, finde ich, finde ich merkwürdig. Pineapple Studios. Oh Gott, muss ich aber aufpassen mit Instagram, ne? Okay, bin ich angemeldet. Ja, okay. Die machen Bilder von Kindern. Und dieses eine Ananas-Bild. Irgendwie. Also die machen, vielleicht ist es genau andersrum. Die, das Landesamt, das Landesamt für Verwaltung und Exotik, äh, nee, das Niedersachsische Landesamt für Braucherschutz und Lebensmittel. Verdammt nochmal. Und Rieke, Mensch, wir brauchen für unseren Artikel noch ein Bild von der Ananas. Hast du noch irgendeins? Nee, nix, gar nix. Da brauchen wir ein professionelles Foto von der Ananas. Wo können wir das machen? Google mal. Rita, Google mal. Ja, hier gibt's ein Pineapple-Studio. Ruf da mal an. Pineapple-Studios? Äh, ja, guten Tag. Ähm, wir bräuchten ein Bild von der Ananas. Achso, nee, wir machen nur Bilder von, äh, Kindern. Äh, Schulfotos. So ein bisschen fetzig und peppig. Und, äh, sie kosten weniger als eine Million Dollar. Da können sie sich sicher sein. Äh, okay, ja, ja. Äh, wir bräuchten einfach nur ein Bild von einer Ananas. Haben sie uns einfach angerufen, weil wir Ananas heißen oder was? Nee, sie wurden uns empfohlen einfach. Und dann haben die gesagt, weißt du was, komm. Hier, das Landesamt. Die haben Cash. Die haben richtig Cash. Lass uns hier ein Ananas-Bild machen, kein Problem. Order-Photos. Ähm, Adresscode. Was haben wir? 20? Was ist Hamburg? Ja. Got another Access-Code. Was? Access-Code. Ich geb mal Pineapple ein. Hehehe. Äh, falsch. Please correct or remove it. I'm just gonna remove it. Ohne Code kommt man gar nicht weiter? Weil man so seine Fotos kriegt. Ah, clever. Hunter 2, sagt der Chat. Hunter 2 als Passwort. Ey, wenn das jetzt stimmt einfach. Wie krass das wär. Wenn man einfach sagen würde. Achso, PineappleStudiosPhotography.com. Äh, das ist Hunter 2. Einfach so jemanden, der einfach alle Passwörter kennt. ist das die perfekte Superkraft? Ist das die perfekte Superkraft? Einfach alle Passwörter kennen? Ist, glaube ich, schon ganz geil, oder? Blue Bricks. Pizza Hawaii. Oh, oh, die Pizza Hawaii. Oh, sehr schöne Pizza Hawaii. Oh, geil. Mmh, ich lieb sie ja. Ich liebe sie ja. Auch wenn ich tatsächlich aktuell eher so auf dem Schärfe-Trip bin. Pizza Hawaii mit Mais? Oh Mann, Leute, bald ist Mittagessen. Ihr hört doch mal auf, mir solche leckeren Bilder zu zeigen. Oh, hol ich mir eine Hawaii-Pizza oder was? Oder mach ich mir so einen schönen... Dann mach ich so einen leckeren Toast-Hawaii oder sowas. So einen Toast-Hawaii, schön zwischen zwei Toast-Hälften und dann in den Toaster reinquetschen, sodass man schön ohne Ofen einen schönen zerlaufenden Käse hat. Weiß ich gar nicht. Krebserregend. Ja, das stimmt. Genau die Kombination Schinken Ananas und Käse ist genau krebserregend in dieser drei Kombinationen. Habe ich mal in einem Podcast gehört. Da war ein Wissenschaftspodcast von Wissenschaftlern, die Wissenschaft gemacht haben mit wissenschaftlicher Methode und einem Mikroskop. Ja gut, da muss natürlich viele Kinderbilder, ne? Viele Kinderbilder. Ja gut, aber wunderbar. Ähm, wir haben einiges gelernt. Fisalis ist mit dabei. Clementine. Ananas sollten kühl, aber nicht im Kühlschrank gelagert. Ananas in Scheiben. Bildrechte. Copyright Pineapple Studio, Stockpunkt. Ananas sollten kühl, aber nicht im Kühlschrank gelagert werden, da sie Kälteschäden davon tragen könnten. Ananas. Sollten kühl, aber nicht im Kühlschrank gelagert werden. Jetzt, ähm, machen wir das, spielen wir das mal praktisch durch. Wie soll das gehen? Kühl, aber nicht so kühl wie ein Kühlschrank. Schon kühl? Hätte zu sein, ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt in der Küche stehen würde mit meiner Ananas und dann sage ich, kannst du die bitte kühl lagern, aber nicht so kühl wie im Kühlschrank? Äh, ja. Ja, klar. Keine Ahnung. Ich, äh, zum Glück haben wir ja noch diesen Warmschrank, der so wie ein Kühlschrank ist, nur ein bisschen wärmer. Ich glaube, gibt es noch irgendwas zwischen kühl und neutral. Kühl ist die wärmste Kälte, oder? Kühl ist das wärmste Kälte-Wort. Frisch vielleicht. Frisch oder so. Das ist ganz schön frisch. Frische Schrank. Laukühl oder weiß ich gar nicht. Warte mal. Kalt zu heiß Wörterskala. Na, ich probiere es einfach mal. Von heißen, äh, nerv nicht! Immer diese Klickteile, Dreck, Bullshit. Nee, ich will so eine Skala haben. Hier. Oh, geil. Das find ich gut. Das ist genau das, was ich will. Und zwar, erarbeiten, optimal, Moment, was ist hier, was ist hier das Kälteste? Was ist gerade das Kälteste? Ja, ich glaube, wir sind hier falsch abgebogen. Ich glaube, wir sind hier falsch abgebogen. Das ist ein Guide, wie man Dinge kalt und warm verwe- ähm, formulieren kann, oder was? Optimieren, verbessern. Anliegen? Also, wie man was abschließend präsentieren, also eher Fremdwörter sind dann eher kalt. Ähm, ja, danke, danke für diese, für diesen kleinen, ja, nehmt das gerne so mit, einfach, ne? Nehmt das einfach gerne so mit. Also, wenn ihr sagt, also, wenn ihr warm klinken wollt, dann sagt sowas wie, wir müssen noch ne Lösung finden. Und wenn ihr eher kalt klingen wollt, dann müsst ihr sagen, ja, wir müssen noch ne Lösung erarbeiten. Da seid ihr kalt. Dann sagen die Leute, oh, jetzt ist hier grad kälter geworden. Danke, Annika. Danke, Annika Lama. So bringen sie Humor in ihre Texte. Ich mag Humor. Ich liebe Humor. Ich liebe Humor. So, wo ist Humor erlaubt? Klar. Es gibt Situationen, da wäre Humor fehl am Platz. Etwa, wenn sich ein Kunde mit einer Beschwerde an sie wendet. Oder, und sie antworten witzig. Ich bin mir sicher, sie haben dafür ein Gespür. Ja, wofür brauche ich dich dann? Gut funktioniert Humor hier. Im Blogbeitrag und Newsletter, im Social Media Posting oder in bestimmten Fällen auch auf ihrer Website. Zum Beispiel auf der Startseite oder in ihrer Über-uns-Seite. Ansonsten ist Humor verboten. Humor, Leute, Humor funktioniert. Eins, in Newslettern. Zwei, in Social Media Postings. Drei, in manchen Fällen auch auf Webseiten, zum Beispiel auf der Startseite oder Über-uns-Seiten. Ansonsten verboten. Es muss dem Thema angemessen sein, ganz klar, logisch. Humortechnung eins, Übertreibung. Die erste Technik ist Übertreibung. Sie überziehen dann etwas. Dazu zeige ich Ihnen mal ein paar Beispiele aus meinem eigenen Fundus. In meinem Newsletter habe ich letztens folgenden Satz. Skizziert, eiskalt. Eiskalt gerade im Raum. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen Laden und der Verkäufer sagt zu Ihnen, Bezug nehmend auf Ihre Bestellung habe ich eine gute Nachricht für Sie. Oh je, zu viel Hitze, oder? Besorgt reichen Sie dem Verkäufer ein Glas Wasser. Leute, Chris Rock kann einpacken. Annika Lama ist es. Nochmal. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen Laden und der Verkäufer sagt zu Ihnen, Doppelpunkt, Anführungszeichen, Bezug nehmend auf Ihre Bestellung habe ich eine gute Nachricht für Sie. Punkt. Anführungszeichen, Ende. Kommentar. Oh je, zu viel Hitze, oder? Besorgt reichen Sie dem Verkäufer ein Glas Wasser. Weil der, weil der so umständlich spricht. Also vermutet die zweite Person hier einen Hitzeschlag oder so und sagt, Oh, Ihnen ist zu heiß, hier ist ein Glas Wasser, weil er sagt, Bezug nehmend auf Ihre Bestellung. So. Dass man dem Verkäufer besorgt ein Glas Wasser reichen würde, ist natürlich eine Übertreibung. Ich habe die Szene bewusst auf die Spitze getrieben. Ja, okay. Das stimmt. Das, also, ich, ja, war das, war das, war das Humor? Für mich war es eher verwirrend, um ja jetzt zu sein. Aber gut. In einem anderen Beitrag habe ich geschrieben, Achtung, ist es ein Anglizismus, mit dem ich leben kann, oder kriege ich davon Pusteln? Sie sehen, die Pusteln sind übertrieben. Noch ein Beispiel. Geschlechtergerechte Sprache. Ein Thema, das polarisiert. Befürworter und Gegner liegen sich erbittert in den Haaren. Tassen fliegen, eine Vase geht zu brühen. Hä? Hä? Welche Vase? Hä? Welche Vase? Ach so. Ach, das ist eine Übertreibung. Geil. Ja, also, wer nochmal ablachen will, annika-lava.de schrägstrich so minus bringen minus sie minus Humor minus in minus ihre minus Texte. Da habe ich ein kleines bisschen übertrieben, habt ihr bestimmt gemerkt. Warte mal, Selbstironie. Wenn man, wenn man mir früh genug Bescheid sagt, kann ich auch spontan sein, okay? Wir können alles außer Hochdeutsch. Okay? Ja? Das ist doch, das ist doch witzig. Der nette Fahrer der Linie 100 sagte jeden Stopp in vier Sprachen an. Sehr cool. Antwort ist BVG in vier verschiedene Sprachen. Das ist doch super. Ja. Das ist doch super. Gut. Okay, ich würde sagen, wir haben wieder einiges gelernt hier. Danke, Lama. Danke, Lama. Meint ihr, ich hätte einen selbstironischen Kommentar sagen müssen, ja, ich bin lame oder so? Weiß ich nicht. Will jetzt gar nicht, irgendwie, ich bin die lame, lame, lame oder irgendwie. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich bin jetzt zu sehr, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich gerade zu humorvoll. Wir sind gerade nicht in einem Blogpost, Leute. Sorry, das war falsch. Das war Fehler am Platz. Tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen, das war Fehler am Platz. Wir haben uns nicht auf der Startseite einer Website befunden. Der Humor war ein Fehler. Es tut mir leid. Tut mir leid. Annika Lama, obwohl sie kein Tier ist. Sehr gut. Frau Lama, als ich sie das erste Mal gegoogelt hatte, hatte ich Angst, dass sie mich anspucken. Sowas, oder? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht können wir ihr eine witzige, schreibt ihr keine witzige Nachricht. So, ähm, ja, das fucking Internet hat uns mal wieder enttäuscht, nur Quatsch, nur Nonsens, leider nichts gefunden. Eise kalt, Eisenkant, kalt, eisig kalt, eiskalt, feucht kalt, fieber kalt, finger kalt, hm, das kenn ich, fisch kalt. Hä, 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 fisch kalt. Mein Gott, ist heute wieder fisch kalt, du. Was? Ja, hatten wir ja letztes Mal bei WoW, wo es heißt, boah, heute ist wieder Sperrangel kalt, oh, zappen kalt heute wieder, meine Herren, meine Herren. Heute wieder Grabes kalt, hellkalt, herzenskalt, hundekalt, kellerkalt, lausekalt, marmorkalt, scharfkalt, schauerkalt. Wenn man das dann genug liest, verliert man einfach das Gefühl für Sprache und man lebt in einem sprachfreien Raum einfach. Überkalt, wiepern kalt, oh, so richtig wiepern kalt, oder? Oh, zitterglimmer kalt, süß, Sternvogel reisen, toll. Es gibt noch gute Seiten im Internet, es gibt noch gute Seiten im Internet, aber ihr wisst natürlich, die beste Seite im Internet ist Chivo Black and White, die machen den besten Kaffee, ich sag's euch. Mh, mh, ah, das Ding ist, ich könnte euch den Geschmack auch nicht beschreiben, da fehlen mir echt die Wörter. Also wirklich zappenlecker, also wirklich Himmel, Himmel, Himmel lecker, muss ich echt sagen, also das ist wirklich, hui hui, Kohlraben lecker, ist das, kann ich euch nicht anders sagen, ist gar kein so schlechter Claim für Chivo, oder? Weil Kaffee ist ja schwarz, Kohlraben lecker, denk da mal drüber nach, Chivo. So, Freunde, ich wünsche dir noch einen weiteren schönen Tag, haut rein, habt ein schönes Wochenende und heute ist Dienstag, na gut, ihr könnt trotzdem ein schönes Wochenende haben, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr kein schönes Wochenende haben sollt. Ich schicke euch mal rüber zum guten Krogmann, der gerade am Start ist, lasst ihm lieben Gruß da und ansonsten jetzt wieder ab an die Arbeit, Freunde. Kaffee Pause ist vorbei, jetzt wird geschuftet, geackert, okay? Wir müssen wieder ein bisschen was schaffen, ansonsten haut rein, viel Spaß bei Krogi, sagt ihm liebe Grüße, sagt, stoßt mit ihm an, Chin Chin, ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, wir sehen uns, klickt gerne mal Ausriffezeichen Chivo, bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal,